So, Leute, willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün Edition. In der letzten Folge haben wir uns auf den Weg gemacht, alle Trainer zu besiegen, die auf dieser Route noch sind. Wir haben nach einer halben Stunde aufgehört, bzw. ich hab den Part gekuttet, da unsere Pokémon geheilt werden mussten. Und ich ein wenig einkaufen war, und zwar habe ich natürlich etwas gekauft, was jetzt ganz unten ist, nur 10 Supertränke gekauft. Und unsere Hyperheilerzahl auf 10 erhöht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich dachte mir, das ist besser als Failen. So, als nächstes kämpfen wir gegen diese Picknickerin. Und dann haben wir noch eine Schönheit da hinten. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Biker übrig, das weiß ich auch noch aus dem Kopf raus. Sonst haben wir nicht mehr allzu viel, was wir erledigen müssen. Aber ich denke mal, es ist genug Füllstoff für 15 bis 20 Minuten. So, wir werden jetzt nochmal, ich mach mal kurz so einen Timer, Sicherheitshalber an. Ich denke mal, so eine Minute war das jetzt. Und Level 40, Bodyguard. Ja, haben wir irgendwas, was wir verlernen können dafür? Ne, das machen wir jetzt nicht. Bodyguard ist zwar eine schöne Sache, aber irgendwie, ich weiß nicht, muss jetzt nicht sein. So, wir nehmen uns als nächstes Täubchen oder Rasa. Wir nehmen uns einfach mal Rasa. Der macht einen Rasen vor Wut, wenn man ihn sich anschaut. Ihr versteht, was ich meine? Ich hoffe es zumindest. Ah, jetzt komm, leck mich doch fett am Sack, du. Versteht ihr? Der macht mich Rasen vor Wut. Voll ins Gesicht. Ich hätte auch gern Quapo, das muss ich echt zugeben. Also, irgendwie wäre Quapo auch top als Pokémon im Team für mich. Oh, ich hätte so viele Pokémon gerne, aber irgendwie kann ich das nicht, so viele Pokémon haben. Oh, es ist ein Teamkampf. Oh, doch nicht. Ich dachte schon, dass es ein Teamkampf ist. Oh, Radfratz. Das ist natürlich, also... Sorry, aber besser hätte es uns nicht treffen können gegen Normal-Pokémon voll ins Gesicht einfach und das ist vorbei. Das hat unser Monkey natürlich, also... Wenn das eine Normal-Trainerin ist, dann hat unser Monkey da einiges, einiges, was er gut machen kann. Aber da hat es uns natürlich direkt verschlagen und dann muss man halt Pikachu ins Gesicht hauen. Hauen. So. Haha. Das ist klar, dass wir davon jetzt eine Paralyse davontragen und jetzt ist unser Gegner schneller. Ja, 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 ja. Äh, ha, ha. Klar, ist Monkey dann auch paralysiert. So, jetzt mach mal hier, schön. So. Dann hätte man das... Erledigt. So. Monkey erhält seine Erfahrungspunkte. Monkey muss auch gleich mal deparalysiert werden. So. Beutel. Und... Fahrerheiler. So. Und dann... Mach mal das so. Jetzt greift ihr mich natürlich auch an. Das ist... Ich komm da nicht mehr hinten. Ich will doch aber da hinten. Woosan. Woosan. Entspann dich. Kreuzhieb voll ins Gesicht dafür, dass du mich gerade so fertig gemacht hast. Dass du mir den Weg blockierst. Krieg dein Pokémon so derbe ins Gesicht, diesen... Ähm... Kreuzhieb da. So. Mach mal ein Mauti. So. Mach mal ein Mauti. Mach mal nicht ein Kreuzhieb. Mauti muss jetzt nicht. Also ein Durchbruch. Durchbruch reicht uns da. So. Okidoki. Dann hätten wir die beiden Schönheiten ja jetzt auch erledigt. Dann muss ich mir die länger... Nicht länger anschauen. Diese missgestalteten... Blöden Zicken. Ist da sonst noch was außer eine Trainingswiese? Nee, natürlich nicht. 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 So. Jetzt fängt hier noch an. Man sorgt für ein Kind. Man sagt... Ach, keine Ahnung. So. Picknikerin auf jeden Fall. Erstmal ein Pickniker mit Leibniz. Let's. Taublich. 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 Oh, die bringen jetzt einfach fast gar keine EPs mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt wert sind, dann noch gemacht zu werden. Ähm. Das ist natürlich... So. Wir werden aber mal sehen, wie viel EPs uns nach diesem Kampf fehlen werden. Für Monkey, natürlich. Wenn's zu viele sind, werden wir langsam, aber sicher aufhören. Weil ich hab jetzt echt gesagt, keinen Bock, jeden einzelnen Trainer für 1000 EPs zu zerlegen. Oder er hat 5 Pokémon oder so. So wie der hier. Äh. Geht mir ehrlich gesagt auf die Nüsse. Muss auch nicht sein. Bringt auch so gut wie gar nichts. Wenn man ehrlich ist, bringt so gut wie gar nichts. Ja, ich wusste, dass das kommt. Und jetzt hab ich ihn extra nicht angegriffen. Ja. Mei. Das ist natürlich eine Sache, die... Fick dich doch einfach. Bekatsche. Ganz ehrlich. Also, das hättest du nicht machen müssen. Das hätte auch niemand von dir erwartet, dass du das machst. Und dann machst du es trotzdem. Das ist natürlich... Dafür muss dein Kollegen, Freund Mautzi leiden, indem ich ihn einfach ins Gesicht ein... spielen lassen. Dann machen wir noch einen Durchbruch. Hoffentlich geht das jetzt mal in sein Gesicht. Jawohl. Dass ich jetzt tatsächlich nochmal einen Paraheiler benutzen muss, weil so ein behindertes Pikachu meint, mich paralysierend haben zu müssen. So. Wir werden jetzt nochmal einen Scheiß Paraheiler benutzen müssen. Und zwar auch genau dasselbe Pokémon. Einzige Vorteil ist, in diesem Spiel, dass ich nicht nochmal... Oh, ein Vogeltrainer. Oder ist das doch... Was ist das? Das ist... Ja, wenn das ein Vogeltrainer ist, dann hab ich natürlich was... Hm. Dann werde ich aber nicht Monkey benutzen. Sondern... Dann werde ich jemanden nutzen wie Fackel. Der da ein bisschen was reißen kann. Ja. Mit Steinhagel werde ich da schon... Einfach... Durchfegen. Nur gemerkt. Aber wenn die so 27 sind oder so... Wenn die so 27 sind, dann bringt's irgendwann bald gar nichts mehr. Muss man einfach so sagen. So. Okay, da okay. Lohe Kanone zum Beispiel. Oh, ich freu mich schon auf die Attacke. Oder Feuersturm. Oder Flammen... Rad. Kann er nicht erlernen, glaub ich. Aber solche Feuerattacken... Oh, die werden so hammergeil. Und dann auch noch für den Ersten. Die Erste der Top 4. Oh. Wunderschön. Und dann haben wir auch noch unser Raichu. Oh. Und für den Zweiten haben wir unseren... Monkey. Wunderschön. Und unsere Konfusionsdame. Oh. Zucker. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Ja. Gibt's halt einen deiner Pokémon, du blöde Fotze, ey. Wahnsinn. Hat sie schon irgendwas gefunden, womit sie ihre Pokémon aufbessern kann? Und dann gibt sie es denen noch nicht mal. Ein Flügelschlag draus. Zack. In dein Gesicht, Goldini. Ja, du gibst uns eine Horn-Attacke. Und dann auch noch ein Volltreffer, ey. Zerschneider. Zack. Das war eine richtig behinderte Attacke, aber... Nein. Muss. Dann werden wir uns nochmal... Ich glaube, ich werde nochmal ein Kreuzhieb benutzen. Ja. Ja. Das ist neu. Kreuzhieb. Ist zwar... Ja, es geht sogar. Es ist normal effektiv. Ich dachte, das ist... Dann habe ich falsch gedacht. Dann habe ich falsch gedacht. Level 40 hat auch unser Razzaflight erreicht. Gott sei Dank. So, als nächstes werden wir unser Täubchen mal reinrufen. Unser Täubchen wird das schon machen. Irgendwie. Okay. Zack. Und... Dann haben wir meinen Flügelschlag. Und... Den Flügelschlag in ihr Gesicht gehämmert. Brutal. Ruck zu kipp. Und beendet diese Kampf, ey. Also 40 schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr mit allem, bevor wir durchkommen. Man weiß nie, was der nächste Fang bringt Oh, ich hab die Pokémon nicht gewechselt Andererseits, so ein Carpador-Trainer ist natürlich Was soll ich sagen, ein Carpador-Trainer Naja, bringt halt auch Nix Sagen wir es mal einfach so, wie es ist Zwei Carpadors Es ist echt eine Qual, gegen Carpador zu kämpfen Muss man einfach so sagen, wie es ist so Ich glaube, dass Carpador Das schlechteste Pokémon von allen ist Nein, im Ernst Das glaube ich nicht, nur das ist glaube ich so Ja, da bin ich mir eigentlich fast schon ziemlich sicher Camper, mach mal hier den Kampf mit mir Bis zu einem Mondstein Ja, den hab ich Willst du den haben? Kriegst du aber nicht Nidorania verbrenne ich gleich mit meinem Flammenwurf Flammenwurf So, dann hätten wir jetzt eigentlich so, ich glaube Alles besiegt bis auf zwei Trainer auf dem Weg zum sechsten Orden Ne, mehr, wir haben sogar noch vier Oh Vier oder fünf, wir haben nämlich noch diese Diese Ah, da wo es nach oben reingeht, das haben wir auch noch nicht gemacht Ah, hier, 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 ja, dann haben wir ja noch Genug zum tun, Leute Dann haben wir ja noch genug zum tun Ne, das ist kein Vogel-Pokémon-Trainer Das ist Elektro Das ist, da bin ich mir ziemlich sicher Da bin ich mir ganz sicher Elektrizität ist meine Stelle Ja, ich wusste es Das war nämlich was Da hab ich nämlich einmal schon gedacht Das ist ein Vogel-Pokémon-Trainer Und dann hab ich mein Wasser-Pokémon hingehalten Und dann Ja Ihr könnt euch ja ausmalen, was dann passiert ist Ja, natürlich geht Stein-Hagel daneben Tut mir nicht weh Doch, tut mir extrem weh Paralysiert mich natürlich auch Also Da kennt Bitte Ah, das ist natürlich Das ist mich Natürlich Geschenkt Das war geschenkt Das könnte weh tun Das tut weh Es tut weh Jetzt haben wir nur noch Zwei 9-30er Die eigentlich beide eine Schwäche haben Dagegen Probieren wir es mal mit Ne, erst um 12 Gehe ich los So Haben wir mal Scheiße nicht Aquawelle Fuck man Ich wollte eigentlich Eisstrahl usen Aber Wayne Kann man jetzt nicht ändern Hilf sogar noch Gib uns einfach mal Schön mit Deine aquawelle Seien sie Dein sieg Sehr schön Aber dass unser Glurak hier gestorben ist Das war reine Blödheit Anstatt einfach zu heilen Wenn wir eh schon gesehen haben Dass wir Paralysiert sind Ja Naja Naja Aber dann lassen wir jetzt auch Glurak besiegt Mein Gott Können wir jetzt nicht ändern Hier holen wir uns kurz die Super Angel ab Die geilste Angel von allem Ja Bitte Nimm das hier Super Angel Ja Danke Ja Danke Angel ist nicht nur ein Spor Das ist eine Kunst Ja Okay Okay Wir werden es ihm zeigen Oh das steht immer noch Ein Relaxo Yeah baby Das werden wir aber besiegen Ich besiege dich Relaxo 30 ist ziemlich das stärkste Auf dieser Gegend hier Und dann zack Einfach mal probieren Wie das so wirkt Gegen ihn Ganz okay Ungefähr die Hälfte Der KPS Ja das kann man mal machen So Als nächstes werden wir Ein bisschen Erholung natürlich Aber jetzt seine Attacke Äh Dingens da Jetzt ist er wieder aufgewacht Durch seine Beere da Maroni Beere Ja Genau Und ich habe aber trotzdem Wieder Eisstrahle Ohne Ende für ihn So Und jetzt ist genau das Passiert was ich schon Immer haben wollte Yeah Ist eingefroren Und damit ist der Kampf Eigentlich schon wieder gelaufen Es ist echt so Ist einfach kein Witz Weil Was will man denn sonst machen Wenn man eingefroren ist Und ich einfach noch mal Ein Eisstrahl hinterher haue Tja Danke Relaxo für deine EPS 600 660 Nur Nur 660 660 660 Ich sag so gerne dieses Wort So schlecht 660 660 660 So dann hätten wir quasi hier alle besiegt Dann haben wir nur noch einen Ort Wo wir Wo wir Pokémon Trainer zum besiegen haben Bevor wir Fuchsania City Betreten werden Und uns dort Ähm Die Trainer der Arena Holen Und zwar haben wir hier noch ein Oh Wo wir sogar noch mehr Warte mal Drei Biker haben wir hier Okay Ähm Ja Nehmen wir mal Wie viel fehlten dir noch? Dann Dann Weiß ich Das ich nicht Weißt ihr was wir machen Da wir eh gleich da sind Fliegen wir kurz zurück Und dann machen wir zuerst die oberen Okay Ich hoffe das nehmt ihr mir nicht übel Das packe ich euch auch alles in eine Folge Wir haben auch bestimmt schon 15 Minuten drauf Mit dem Mit den ganzen Zeugs Was wir haben Also wird es euch auch nicht an Folgen mangeln Also das verspreche ich euch definitiv Dafür werde ich Defizitiv Sorgen Jetzt bleibt nur noch die Frage Ob ich in dieser Folge Oder in der nächsten Folge Ne In der nächsten Folge Oder in der übernächsten Folge Die 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 Ding mache Safari Äh Ich denke mal Ja Ich mache zuerst in der nächsten Folge Die Safari Zone Bevor es dann weiter geht mit Ähm Bevor es dann weiter geht mit Der Arena So dann hätten wir das auch geklärt So als nächstes haben wir eine Camperin Ne eine Picknickin ist das genau Eine Picknickin Wir haben nämlich nur Camper Oder? Müsste sein So 29 ist schon ein Level was okay ist Ist jetzt nichts atemberaubendes Aber ist auch nichts grandios schlechtes Ein Raichu besitzt sie noch Okay Level 29 Unseres ist schon Level 40 Etwas stärker Elf Level Tut mir leid für dich Raichu Müsstest auch so stark sein wie unseres Dann hättest du jetzt eine Chance gehabt Diesen Angriff zu überleben Und uns eine reinzuwirken Aber so Äh Not So als nächstes kommt ein kleines Partner Kämpfchen Wenn mich nicht alles täuscht So Ja Ein Kampf Pokémon Partnerkampf Meine Schwester bekommt Angst Wenn wir verlieren Jetzt Was ist das für eine Aussage Was juckt mich das Ob ihr Angst bekommt Wenn ihr verliert Kickly und Nokchan Gegen uns Beide Täubchen und Lapras Äh Täubchen Bitte fliegen Und du Bitte Eisstrahl auf Nokchan So Und da ich ungefähr gefühlte 26 Billionen Level über ihnen bin Kann ich mir es auch leisten sowas zu machen Turmkick geht daneben Donnerschlag macht weiter und bricht zusammen Feuerschlag Geht daneben Sensationell Alle Hoppa Machen wir es auf sie Achja Entschuldigung Sehr effektiv Wunderschön So und als nächstes halt der Eisstrahl und beenden Tun wir diesen Kampf natürlich damit dann auch Was mich sehr freut da Dieser Kampf Ziemlich nervig ist Oh nein es tut mir leid Schwester Ich denke mal wir könnten auch unseren Kampfhahn da genau Zum Pokémon zu tauschen ist so cool Ja 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 Das ist es tatsächlich Nicht Level 33 Du bringst sogar einiges an EP Wenn mich nicht alles täuscht Flügelschlag So Ja da Ein Ekeler bringt dir jetzt auch nichts Muss man dir ehrlich sagen Oh ok So 84 Nur Was Nur 480 Ist so ein bisschen wenig Also ist es mager Brandy findet Regen Tants Regen Tants Regen Tants Regen 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 Tants Regen Tants Regen Tants Regen 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 Tants Oh jetzt ist so die Frage haben die so Kampfpokémons Oder haben die so Giftpokémons So die Frage Smogon Das ist natürlich Behindert Aber wir haben ja Flügelschläge Hoffentlich reichen die Ja Ein Volltreffer Vorzüglich Aber gegen ein Slimog reicht das nicht mehr aus Gegen Slimog müssen wir definitiv mehr bringen als wie Ah ne doch nicht Oh ok Ich dachte halt wir müssen einfach mal mehr als zwei Treffer bringen gegen Slimog Aber Wegen mir Habe ich jetzt auch nichts dagegen wenn nicht Das ist natürlich jetzt Nur von Vorteil für uns Ach wir haben gleich so viele da noch Los 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 lass uns kämpfen auf In den Kampf Ja Und das werden wir doch Keine Sorge wir kämpfen doch schon noch Macht ihr bitte nicht ins Hemd Macht ihr bitte nicht ins Hemd So wir müssen noch Mit Lapras Level 40 werden Das könnte hinhauen wenn unser Tauboga Tauboss Äh jetzt Ja Dann werden wir es vielleicht auch noch schaffen mit Äh Unser Lapras Haben wir noch sonst ein Level 39 Ne nur noch Lapras Dann könnte man es tatsächlich sogar noch schaffen Weil Lapras braucht ungefähr noch die Hälfte Und Ich denke mal das ist gut machbar Da wir noch 1, 2, 3 Trainer ungefähr haben Ja das könnte sogar echt hinhauen Dass wir Level 40 sind mit allen Pokémon Das ist irgendwie Toll Muss man schon sagen Finde ich Muss ich ehrlich sagen Finde ich ist toll Macht auch dann bestimmt mehr Spaß Und ist auch deutlich einfacher Wenn wir alle Level 40 sind Und Dann haben wir auch so ein einheitliches Level Und dann muss man nicht auch noch extra trainieren Anfangen Und Und Also es bringt uns quasi nur Vorteile So 13 Level müssten vielleicht Nicht ganz reichen Ich dachte es reicht vielleicht wenn ich ein Body Slam mache Leider nicht So Aber definitiv Es ist besiegelt Dass unser Lapras auch Level 40 wird Und das ist schon mal Defizitiv Fix Ein Pokémon Kampf Cool Leg Leg Los So Dann haben wir 2 hat er Dann werde ich da mal schön einmal Vergessen haben die Pokémon zu wechseln So Das tut natürlich extrem weh Wenn ich jetzt hier So wie hier Die Pokémon vergessen habe Die Zu wechseln Das ist natürlich behindert Ich hoffe die Eisstrahle reichen So Alles klärchen Bärchen Ja doch im nächsten Kampf Müsste es einfach vollkommen reichen Das müsste einfach Vollkommen reichen Außer er hat auch nur ein Level 2 Was ich jetzt allerdings nicht so wirklich glaube Und dann ist man quasi Dann sind wir wirklich mit dem letzten Trainer hier Mit allen Pokémon Level 40 geworden Und das ist schon Eine schöne Leistung Muss man einfach sagen Also das finde ich ist schon Eine tolle Leistung Ähm Sensationell Auch wenn es ein bisschen Glück war natürlich Muss man halt sagen Die Entscheidung Dass wir Glurak heilen Und dann wieder zurückkommen Ist natürlich War Nicht ganz blöd Sagen wir es mal so Machen wir unser Ling Weil unser Ling jetzt einiges machen kann Im nächsten Orden Wenn mich nicht alles täuscht Beziehungsweise im übernächsten Deswegen brauchen wir Ling Ein bisschen stärker wie jetzt Von daher Ist das jetzt alles kein Probe Lame So Smogon 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 Level 40 sind wir alle Level 40 sind wir alle Jetzt haben wir Fast die Hälfte der Level mit allen erreicht Tolle Sache Aber Ab sofort wird das natürlich auch etwas schwerer zu leveln mit allen Ist nicht mehr so einfach denke ich mal Sondern hätten wir jetzt alles besiegt Was man besiegen kann hier Und Hiermit werden wir dann nur noch kurz ins Pokémon Center gehen Und dann werden wir uns kurz heilen Und nach dem Pokémon Center werde ich uns vor die Safari Zone stellen Und nachdem wir dort sind werde ich den Part beenden Ich denke mal das sind genug Was war jetzt genug? Ich habe euch einige Parts jetzt Also in Überlänge gegeben Andererseits könnten wir natürlich auch versuchen in der nächsten Folge einfach die Arena zu machen Und wenn wir schon da sind Das wäre schon verlockend Ich bin dafür dass wir die Arena machen Das ist mir egal Und damit beabschiede ich mich bei euch Und wir sehen uns in der nächsten Folge Tschau Und ich höre die